Hallo, mein Name ist Tobias. In diesem Lernzyklus möchte ich dir zeigen, wie statistische Darstellungen manipuliert werden können. Am Ende des Lernzyklus wirst du verstehen, was ich mit manipuliert meine. Damit du diesem Video gut folgen kannst, solltest du bereits mit Tabellen und mit Säulendiagrammen vertraut sein. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, klicke bitte auf diese Links. Das ist Anton. Anton hat einen großen Traum. Er würde sich gerne eine Kamera kaufen. Diese kostet allerdings Geld. Und zwar mehr Geld, als Anton zur Verfügung hat. Daher muss Anton ansparen. Damit er weniger lang ansparen muss, bittet er seine Eltern, ob diese ihm mehr Taschengeld zur Verfügung stellen könnten. Diese sind prinzipiell gesprächsbereit, würden allerdings gerne wissen, wie viel Taschengeld denn seine Freunde und Freundinnen bekommen. Also fragt Anton seine sieben besten Freunde und Freundinnen und findet heraus, dass Hilde am meisten Taschengeld mit 45 Euro bekommt und er am wenigsten Taschengeld mit 28 Euro bekommt. Man sieht allerdings, sämtliche Freunde von ihm liegen zwischen diesen 28 und 45 Euro. Er denkt sich, diese Darstellung ist noch nicht übersichtlich genug für meine Eltern, also entschließt er sich dazu, ein Säulendiagramm anzufertigen. Dieses Säulendiagramm können wir hier sehen. Man sieht, die Daten sind richtig aus der Tabelle in das Säulendiagramm übertragen. Er denkt sich, wenn ich diese Grafik jetzt meinen Eltern zeige, dann werden sie mir vermutlich eine kleine oder vielleicht sogar gar keine Taschengelderhöhung geben. Die Unterschiede sind ja nicht so groß. Mit dieser Aufgabe konfrontiert, entwickelt Anton nun also einen Plan. Er denkt sich, was ist, wenn ich es schaffe, meine Eltern mit einer Grafik davon zu überzeugen, dass ich wenig Taschengeld bekomme. Diese müsste allerdings anders aussehen, als die, die er bereits gemacht hat. Nach angeregtem Nachdenken entwickelt er eine zweite Grafik. Man sieht in dieser, dass die Unterschiede um einiges eklatanter ausfallen. Überprüfe jetzt, ob die Daten aus der Tabelle richtig in das Säulendiagramm übertragen wurden. Erkennst du schon, wieso so ein starker Unterschied entsteht? Welchen Eindruck erweckt diese Grafik? Und vor allem, wie hat Anton das geschafft, den Unterschied jetzt so stark aussehen zu lassen? Pausiere das Video jetzt und überlege. Mit dieser neuen Darstellung geht Anton jetzt zu seinen Eltern und zeigt ihnen diese. Diese sind entsetzt ob der großen Unterschiede und geben ihm eine große Taschengelderhöhung. Anton ist glücklich und kann sich seine Kamera kaufen. Wie würdest du das Vorgehen von Anton in diesem Fall allerdings bewerten? Wie versprochen kommt jetzt noch die Auflösung. Wir sehen hier die zwei grafischen Darstellungen direkt gegenübergestellt und man sieht schon, die Unterschiede in den Darstellungen könnten kaum größer sein, beziehungsweise auch die Eindrücke, die davon hervorgerufen werden, könnten kaum größer sein. Auf der linken Seite sehen wir die originale erste Darstellung, auf der rechten Seite die zweite Darstellung. Betrachten wir diese Abstände zwischen den blauen Hilfslinien, so stellen wir fest, dass diese jeweils fünf Euro Schritte auseinander sind. Das ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Fall. Der Unterschied liegt allerdings darin, wo diese Darstellungen jeweils anfangen. Die linke Grafik fängt bei 0 Euro an, die rechte Grafik bei 25 Euro. In der Fachsprache sagt man dazu auch, dass man die Y-Achse abgeschnitten hat. Sie startet jetzt also nicht mehr bei 0, sondern bei einem viel höheren Wert. Das verändert den Eindruck, den man von der Darstellung hat. Zuvor kleine Unterschiede wirken jetzt groß. Aus diesem Grund ist die erste und vermutlich auch die wichtigste Regel beim Begutachten von Darstellungen, sich die achsengenau anzuschauen. Der erste Eindruck kann manchmal, wie es in diesem Beispiel der Fall war, irreführend sein. Man spricht in diesem Fall von einer Manipulation. In den folgenden Videos wirst du noch mehr solche Techniken und wie du sie erkennen kannst, kennenlernen. Bis dann!